Bis zuletzt hatten sie gehofft, gegen alle Wahrscheinlichkeit. Julen ist tot. Ein Bergungsteam hat den im Süden Spaniens verunglückten Zweijährigen am frühen Samstagmorgen geborgen. Das Kind war am 13. Januar in ein tiefes Bohrloch gefallen. Retter hatten Tag und Nacht an einem Tunnel gearbeitet, durch den das Kind doch noch hätte gerettet werden sollen. Ein Sprecher bestätigte am Samstag den Tod des Kindes. Noch in der Nacht wurden seine Angehörigen von einem Notfallteam betreut. Der Junge war Mitte Januar während eines Spaziergangs mit seiner Familie auf einem privaten Grundstück in Totalan verschwunden. Offenbar war er beim Spielen in den über 100 Meter tiefen und nur 25 Zentimeter breiten Schacht gestürzt. Bis zuletzt war unklar gewesen, wo genau sich der Junge in dem Schacht befand. epaar hat, bis er auf 4 und 5. Jahrhunderteid. Tag und weiß, w3, du kannst du dich hin? Tag und schifizig. Tag und schifizig. Untertitelung des ZDF, 2020